Ole, wir haben eben über das Ehrenamt gesprochen. Zum Ehrenamt oder mit dem Ehrenamt unmittelbar verbunden ist natürlich auch die Jugendarbeit, die unheimlich wichtig ist, wo viel, viel ehrenamtliche Arbeit auch geleistet wird. Und die Jugend ist es auch, der die Zukunft gehört. Und für eine Gemeinde wie unsere ist es enorm wichtig, dass die entsprechenden Angebote in der Gemeinde, dass diese Gemeinde für die nächsten Generationen geplant und geformt wird. Ja, Frank, da kann ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Dafür ist es halt wichtig, dass wir aber auch den Zugang zur Kommunalpolitik für die Jugendlichen attraktiver und einfacher gestalten. Und dafür werden wir uns auf jeden Fall einsetzen. Liebe Wählerinnen und Wähler, gehen Sie am 13. September zur Wahl. Geben Sie uns Ihre Stimme, schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Wir möchten uns für Sie einsetzen. Unterstützen Sie uns mit Ideen. Wir setzen diese gerne um.